Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir das Lager versucht einmal umzugestalten. Da sind wir nicht ganz fertig geworden, das machen wir diese Folge auf jeden Fall zu Ende. Dafür fällen wir einmal hier den Bambus, um wieder Ressourcen für neue Kisten zu bekommen. Dafür möchte ich nämlich auch kein Holz verwenden, das ist ein bisschen zu schade. Und der Bambus, der wächst so rasant, den können wir hier gut und gerne als Ressource verwenden. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wo haben wir denn hier den Bambus einmal eingelagert? Hat der schon eine eigene Truhe? Ich glaube, der ist hier nur bei pflanzlich. Genau, hier ist auch das Zuckerrohr, das können wir hier auch einmal reinsetzen. Das kommt noch zu Getreide, aber die Sortierung, die mache ich auch später im Zeitraffer. Die wollte ich in letzter Folge schon getan haben, aber wir sind, wie gesagt, nicht ganz fertig geworden. Beansprüche beansprucht alles ein wenig mehr Zeit als gedacht, aber hey, sieht auch schon mal ganz gut aus. Schön sortiert hier die ganzen Kisten, können wir sie auch gleich alle einräumen. Machen wir hier vorne am besten, hier sind Karotten drin, Kartoffeln genau. Machen wir hier einfach den Bambus rein und alles, was zum Bambus dazugehört, beziehungsweise das Gecraftete, könnten wir eigentlich auch rauslegen. Nein, ich lasse es drin, ich lasse es drin, weil Bambus ist so eine eigene spezielle Bauart, sag ich mal, so eine Holzsorte. Die hier können wir wirklich fürs Bauen gebrauchen, auch mit dem Dschungel und so und Bambus ist wieder was eigenes. Ja, und da es sehr schnell wächst und wir sehr schnell diese Ressourcen hier bekommen können, brauchen wir auch eine ganze Truhe davon. Das können wir nicht hier noch in die Holzkiste mit reinpacken, das geht nicht. So, wir haben hier ein paar neue Kisten schon geschaffen. Drei kann ich noch setzen und dann ist die Wand hier auch schon fertig. Hier oben kommt noch ein Schild dran, dass wir das Ganze noch benennen können. Wo habe ich das jetzt hingesetzt? Ich sehe es nicht. Da hinten. Was soll das denn? Das geht nicht. So. Also, Kisten nochmal neu platziert, am besten auch seitlich, dass die sich verbinden. So, sehr schön und zweiter Versuch klappt sehr gut. Unten kommt Bambus hin. In die Mitte wissen wir noch gar nicht, da können wir eigentlich die Äpfel reinlegen, wenn wir das möchten. Und jetzt packe ich mal alles hier, was ich nicht brauche, gerade mal weg. So, hier die Äpfel, die kann ich eigentlich nehmen. Ich würde sie wirklich einmal hier reinlegen. Beziehungsweise wir könnten auch eigentlich Essen da reinlegen. Dann wäre hier bei dem Getreide auch wieder was frei. Hier haben wir ja ganz viele Brote drin. Wenn wir hier Essen drin haben, müsste das eigentlich klappen. Wobei, wir haben auch hier das Tierische. Das ist ja eigentlich auch Nahrung. Allerdings ist es roh. Das ist jetzt so eine Frage, wie sortieren wir das Ganze? Wo packen wir was rein? Ich würde das jetzt einmal hier über die Schilder schon mal zuordnen. Und danach haben Zeitraffer alles sortieren und umräumen, was geht. So, die haben wir hier als wertvoll schon deklariert, die beiden Kisten. Dann haben wir hier das gecraftete, die Erde, Sand, Gravel, das sieht schon mal gut aus. Cobblestone, Kollege, du musst einmal kurz ein bisschen weggehen. Genau hier würde ich Kohle reinpacken. Ja, hier kommt dann Kohle rein. Das heißt, hier in die Mitte schreiben wir Kohle. Unten kann... Ja, was machen wir unten rein? Vielleicht einfach Gestein. Das, was jetzt gerade in der Kohletruhe ist. Hier würde ich dann Deep Slate einmal verfrachten. Dann haben wir hier noch zwei große Truhen frei. Wir haben zwei gecraftete. Da haben wir dann drei. Das ist schon mal gut. Dann haben wir noch Holz. Brauchen wir noch. Und wir haben hier auch noch Andesit, Diorit und normalen Stein. Normalen Stein würde ich auch eine eigene Truhe machen. Da müssen wir relativ viel von brennen. Dann wäre das hier die Steintruhe hier unten. Oder wir machen hier eine Steintruhe. Die obere wird Stein. Und die untere wird Andesit und Diorit. Und Granit dann auch noch. Habe ich hier gerade ein Kind gehört? Haben wir wieder Nachwuchs bekommen? Ne, Granit. Diorit Andesit. Was haben wir noch? Ja, polierter Variante. Natürlich. Ich denke, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Irgendwo habe ich doch ein Kind gehört. Da, hier. Läuft eins. Nachwuchs. Im Dorf. Willkommen. Komisch. Wir haben noch gar keine neuen Betten ges... Ah. Ich verstehe. Da ist auch nochmal Nachwuchs. Ja, das passiert, wenn man hier die Vorräte einmal abbaut. Die Villager greifen sich die ganzen Karotten, verteilen sie dann untereinander. Und, äh, ja, dann können sie auch alle Nachwuchs zeugen. Aber schön. Gut. Freut mich. Also gar keine negativen Auswirkungen. Eher erfreuliche. Wir haben hier, äh, die Population ein wenig erhöht. Durch ein unvorsichtiges Abbauen einer Truhe. Ist auch gar nicht schlimm. Dafür haben wir ja auch hier die Zäune um die Bauern herum gesetzt, dass die Ernten hier auch gar nicht kontaminiert werden können. Also das funktioniert nach wie vor. Es herrscht ja kein Austausch. Also die Karotten, die jetzt hier aus dem Lager entwendet wurden, mehr oder weniger unfreiwillig, die, äh, finden sich dann hier auf den Feldern auch gar nicht wieder. Und daher haben wir auch gar kein Problem hier mit dem Ackerbau. Und von daher ein willkommenes Geschenk. Hoppala. So. Gehen wir hier wieder rein. Wollen wir hier diese mühselige, ja, schon beinahe ermüdende Arbeit hier beenden. Beziehungsweise fortsetzen. Wo kommt denn hier was rein? Hier kommen dann die Äpfel. Das heißt, hier unten Äpfel. Wir können auch eigentlich zu den Äpfeln dann auch das Laub der verschiedenen Bäume natürlich auch großschreiben, wenn es geht, setzen. Oder wir packen es hier oben rein. Das geht natürlich auch. Ich würde sie erstmal noch frei halten, die Truhe. So. Hier haben wir auch noch zwei. Das heißt, wir können eigentlich wirklich hier oben Laub reinsetzen. Hoppala. So machen wir das so. Dann haben wir hier das Laub drin. Dann haben wir hier die Äpfel einmal eingelagert. Und dort unten den Bambus. So. Die haben wir schon voll. Die haben wir auch schon vergeben. Dann haben wir hier noch zwei Leere. Das ist aber auch gut. Die würde ich auch noch erst wieder lassen. Das ist vergeben. Das auch. Hier auch Stein, Andesit, Diorit. Vielleicht auch Granit. Dann machen wir das Gestein hier oben hin. Ja, warum nicht? Können wir auch machen. Ja, dann machen wir hier oben Gestein und unten meinetwegen Granit. Ich glaube, damit haben wir am wenigsten gebaut. Dann machen wir hier Granit hin. Diorit, Andesit. Stein, aber irgendwas stimmt auch nicht. Irgendwas stört mich noch. Hier haben wir doch auch noch eine Truhe frei. Dann können wir hier eigentlich auch... Sand und Gravel sind ja unten. Dann können wir auch hier Stein da drüber einlagern neben dem Cobblestone. Dann hätten wir die drei hier frei für Andesit, Diorit und Granit. Dann hätten wir hier auch noch Tiefenschiefer. Ja, machen wir das so. Kollege, du läufst mir hier die ganze Zeit in den Weg. So, muss ich die gleich mal anleihen oder lässt du mir hier meine Freiheiten? Nein, 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 nein. So, gut. Über dem Sand machen wir Stein. Wir können es auch oben hinschreiben. So. Da kommt dann Stein rein, hier in die obere. Darunter kommt dann Sand und Gravel. Hier haben wir dann Cobblestone. Dann haben wir hier nicht Gestein. Aber ich will ins Schild. So, dann haben wir hier nicht Gestein, sondern Andesit. Und hier unten dann Diorit. Und hier dann Granit, Kohle und Schiefer. Sehr schön. Schiefer. Perfekt. So, Granit, Kohle, Schiefer. Eigentlich müssten wir noch für Eisen oder Kupfer eine eigene Truhe haben. Da können wir mal schauen. Wir haben hier die wertvollen Truhe. Vielleicht können wir hier unten auch Kupfer auslagern. Ja, wir haben ja auch, gut. Eisen haben wir auch in der Eisenfarm. Dann haben wir das in der Eisenfarm nachher noch drinne. Dann haben wir Kupfer hier ausgelagert. Dann haben wir wirklich nur die wertvollen Dinge. Ja, die ist auch bald voll. Müssen wir mal schauen. Aber sieht doch so weit schon mal ganz gut aus. Das heißt, wir können jetzt hier im Zeitraffer, beziehungsweise ich kann jetzt hier im Zeitraffer, für euch einmal hier die Kisten umlagern, auslagern, alles hier in die Wand hier einsortieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder. 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 Ohne neue neue Slots. Ohne Euro. Also mal hier das rohe Eisen. Das, die Blöcke von rohen Eisen. Nuggets. Ingots. Und dann hier Blöcke von dem normalen Eisen. Der Überschuss, den bringen wir einmal zur Eisen farm. Da haben wir ja eine Doppeltruhe mit den ganzen Sachen. Da können wir mal gucken wie weit diese ist. Und dann hier einmal da drunter gestaffelt, Redstone, Lapis, die Emeralds hier, also unsere Währung hier im Dorf. Dann das Gold und unsere zwei kleinen Diamanten. So, hier, das Kupfer habe ich auch ausgelagert. Einmal hier zu einem rohen Kupfer, zu dem geschmolzenen. Ich denke mal, wir werden im Laufe der Zeit jetzt noch mehr Kupfer sammeln. Und bevor wir es dann halt auch verbauen, lagern wir es hier in roher Version einmal ein. Dafür habe ich dann hier die Doppeltruhe reserviert und Holz hat auch eine Doppeltruhe erhalten. Auch hier für Dschungelholz und für Schwarzeiche, sodass wir hier schon mal ein kleines, gut strukturiertes Lager vorfinden. Hier sind auch die Öfen, die an gewünschter Stelle. Und wir können uns jetzt im Folgenden um die andere Seite kümmern. Das heißt, wir bauen hier das hier einmal ab. Die ganzen Betten kommen einmal weg hier. Du kriegst auch deinen Jobblock gleich erst wieder. Wir müssen jetzt mal schauen. Ich würde vorschlagen, wir machen hier wieder diese Stockbetten, die wir bereits kennen. Du musst einmal zur Seite gehen. So. Und dann setzen wir hier ihm deinen Kartentisch da wieder hin, dass du hier weiter arbeiten kannst. Haben wir hier jetzt noch Betten übrig? Ja, ein paar schon. Setzen wir die direkt daneben. Hier ist noch eins. Perfekt. Wir haben sogar noch ein Bett. Sehr schön. Dann haben wir hier ein paar Stockbetten. Dann können wir gucken. Okay. Haben wir hier noch ein paar Falltüren. Jawohl. Machen hier diese wohlbekannten Betten hier einmal fertig. Ja, können wir auch einfach so setzen. Ist ein bisschen schicker. Gut. Dann haben wir hier diese Schlafeinheit. Die Schlafecke, wo die Bewohner und auch wir uns schlafen legen können. Hier was zum Werkeln. Ja, hier haben wir jetzt noch so eine kleine private Truhe. Da können wir auch vielleicht einfach mal alles reinschmeißen, wenn wir gerade nichts sortieren möchten. Würde ich aber auch nicht machen. Ah, Skulk. Genau. Hier. Da haben wir noch eine Sonderversion, wo wir ein bisschen Platz benötigen. Ich habe jetzt hier oben auch das Laub mal aus der Baumfarm geholt und hier einsortiert. Vielleicht können wir auch die Äpfel hier mit dabei legen. Dann machen wir hier unten einmal so einen neuen Slot für die Äpfel. Und dann benennen wir das Ganze um. Kollege, du bist mal wieder im Weg. So. Laub und Äpfel und da drunter dann Skulk. Ja. Das ist doch gut. So. Dann können wir den hier nämlich auch einmal wegräumen und hier wieder unsere Sachen entgegennehmen. Ja, hier mit dem Anvil, das stört mich eigentlich nicht. Der Eingang mit den Öfen ist auch in Ordnung. Wir haben acht Stück. Theoretisch könnten wir sie auch hier um das Fenster drumherum. positionieren, aber dann ist auch wieder so die Frage, wie sieht das aus, wenn hier so eine Ecke ist. Ja, weiß ich nicht. Können wir eigentlich auch mal ausprobieren, wie es aussieht. Gucken wir einfach mal, bauen wir hier alles wieder ab. Dann haben wir hier den Eingang auch ein bisschen freier. Und wirklich die komplette Seite hier als Lager genutzt. So, wo haben wir die Öfen? Hier vorne. Wenn wir die jetzt hier einmal um das Fenster drum positionieren, dann haben wir hier so ein Ring. Ja, von Öfen. Ist ja auch eigentlich ganz nett. Dann setzen wir hier den Amboss hin. Und schon haben wir das Gleiche wie bisher. Nur ein bisschen strukturierter, ein bisschen kompakter. Und gefühlt auch mehr Platz hier im Raum. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Wir bringen jetzt auf jeden Fall hier unser Inventar nochmal in Ordnung. Und dann bringen wir auch das Eisen einmal weg. Das kann zur Mine, beziehungsweise das lassen wir im Inventar. Wir gehen ja wieder raus in die Mine. Und hier den Skulk. Die Sensoren, die packe ich auch mal hier wieder rein. Genau, den hatten wir hier unten jetzt, also in der Mitte. Einmal für vorgesehen. So viel werden wir sicher nicht davon abbauen. So, die Fackeln in die Offend. Beziehungsweise die nehme ich mir da raus. Sonst setze ich überall Fackeln hin. Ich kenne mich doch. So, hier die Treppe einmal weg. Baugerüst hin. Das Schild kam meinetwegen dahin. Da müssen auch noch Brote aufgefüllt werden. Dann haben wir hier die Schilder. Wir haben sehr viele Schilder. So, und Stöcke haben wir auch. Die können wir aber auch als Reserve hier mitnehmen. Jetzt haben wir hier die Fischen C3. Ist das schon unser Ersatz? Ich glaube schon. Forgen, das ist hier zum Abbauen. Direkt, da würde ich allerdings die Fackeln auch platzieren. So. Machen wir das wie gewohnt. Jetzt haben wir hier noch fast einen halben Stack an Truhen. Das ist auch sehr gut, wenn wir das andere Lager noch machen. Gut. Einmal kurz schlafen und dann das Eisen wegbringen. So. Fix einmal rüber. Beziehungsweise wir nehmen uns hier noch ein paar Brote raus. So. Einmal den Stack wieder auffüllen. Reicht ja. Wir kommen ja dann auch schon wieder. Sind hier Geschenke? Nein, keine Geschenke. Sind wir jetzt so weit weg gewesen von den Katzen? Müssen wir das Boot ein bisschen mal verschieben. Gehen wir einmal kurz zur Eisenfarm. Wollen wir mal schauen, was da alles noch Schönes für uns drin liegt. Oh, hier ist ja auch noch der Priester. Die haben sich ja hier jetzt versammelt. Bleiben Sie mal stehen. Nein, sie haben auch noch kein Glas für mich. Sowas aber auch. Ja, das Dorf wächst. Die Bevölkerung wächst auch. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. So. Machen wir jetzt hier die Blöcke einmal rein. Hier unten können wir auch die Ingots, beziehungsweise die lasse ich mal drin. Hier ist ja auch schon wieder einiges in der Truhe. Das heißt, wir können sie kurz zusammen craften, hier wieder zu Blöcken. So viel Eisen, das ist ja herrlich. So. Und die ganzen Blümchen hier, die nehmen wir auch mit. Die können kompostiert werden. Ja. Packen wir das alles hier rein. So, kein Ingrid übrig. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Wenn die Truhe voll ist, setzen wir einfach noch eine da drauf. Ist ja auch gar kein Problem. Oder wir verkraften was. Wir haben auch ganz viele Rezepte, die sehr viel Eisen in Anspruch nehmen. Sei es jetzt ein Envil oder seien es jetzt Schienen. Da können wir auf jeden Fall einiges noch mit weg machen. So. Die Blümchen schnell zum Kompost angebracht. Und dann endet die Folge auch. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne ein Like da. Kommentiert eure Meinung unter diesem Video. Abonniert den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020